Hi guys, hier ist wieder Stefan vom Outdoor Family Adventure Channel. Heute habe ich mich auf die IWA Outdoor Classics in Nürnberg gemogelt und möchte euch ein paar Eindrücke zeigen. Los geht's! Ja, ich bin hier ziemlich beeindruckt von der Ausstellung. Es gibt hier wirklich fürs Outdoor-Herz alles. Und ich möchte jetzt kurz ein Interview mit meinem neuen Kumpel treffen. Der habe ich hier gerade eben kennengelernt. Wie lange bist du schon da? Ja, ich übersetze kurz erst seit Beginn hier. Und was trägst du hier? Ah ja, das sind Tarnklamotten. Macht es dir Spaß? Ja komm, er hat sehr viel Spaß. Er lernt sehr viele Leute kennen und er sagt, wir sollen uns jetzt weiter umschauen. Und ja, wir sollen ja das, was wir essen. Und da sieht man wieder Outdoors für die Kumpel. Und die ganze Familie. Natürlich wird auch gezeigt, dass Jagd attraktiv für Frauen sein kann, wie man hier sieht. Mit schönen Lederbeutelchen, Ledergewehrtaschen. Und ja, sehr schön. Da geht was. Ja, real-time. Da geht's. 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 Hier bin ich natürlich meinem Element mit dem Hochzeug. Da geht's. 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 Ja, und auch ein Spezialeffekt wird hier nicht gespart. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.